Servus Leute, heute gibt's einen Shoreline-Raid und ich war in der Runde eigentlich dabei, Shooterborn in Heaven zu machen, aber ich hatte einen etwas unglücklichen Spawn und dann hat sich der ganze Raid ja ein bisschen anders entwickelt, als ich mir das eigentlich vorgestellt hab. Nichtsdestotrotz war er recht unterhaltsam und ich wollte euch den nicht vorenthalten. Schaut ihn euch einfach an, ging ganz schön zur Sache. Ich bin übrigens neulich täglich live auf Twitch, twitch.tv slash outsider. Würde mich freuen, wenn ihr nochmal vorbeischaut, vielleicht ein Follow da lasst. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Hier auf YouTube würde ich mich mal ein Abo freuen, einen Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video und jetzt viel Spaß mit dem Raid. Einstärzt. Das war der vom besten Spawn. Läuft der echt da rüber, das sind halt niemals 125 und schießt mir erst mal mein Arm schwarz. Stuck. Und die Coe runter auf 10. Mein Gott. Das ist das, Barracks. Das machen Sachen. Ich versuch's Shooterborn in Heaven auf Shoreline. Erkohund ist grad noch ne sehr gute Waffe. Äh, Waffe. Hammer. Special Agent. Dankeschön für 5 gegiftete Subs. Danke für die 5er Bombe. Und 40 gegiftete insgesamt. Auch wenn der Alert jetzt gerade, ne. Irgendwas hängt hier gerade. Aber Leute, kann ich mal ein bisschen Ding, Ding, Ding und Hype sehen. Für die 5er Bombe. Fehlt nur noch Shoreline. Ja, naja, zwei Shots. Mal ein bisschen für Sound sorgen. Ja. Eben nicht. Also irgendwie will gerade, ähm, ne. Will gerade. Stream Elements nicht so. 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 Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Beide Full Gear. Okay. Jetzt, danke schön für die 5er-Bombe. Du warst ein Altier? Ne, du warst ein Tier. Ey. So. Ne, es ist hin und wieder so, dass die Alerts nicht so funzen. Es tut mir leid. Ist keine Absicht. Sorry, kann man so verkaufen. Ja, am besten an Peacekeeper. Für Dollar. Da kriegst du am meisten von. So. 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 Besseres tragen als Rekorund. Yo. Full-Force Looten hier, ja? Okay. Die gehen schon mit Westen hier rein? Okay. Natürlich beide Westen voll im Arsch. Okay. Light up. Ah, das ist so, das ist so. Okay. You are now. Okay. Ich weiß gar nicht wo ich gerade war beim Looten. Okay. 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 Ich bin auf meiner Liste den Merch-Store vielleicht mal zu überarbeiten. Schrägstrich mehr Produkte einzuführen. Okay. 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 Ich glaube wir bewegen uns mal raus hier, oder? Okay. 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 наja. Bei Merch kann man schon viel Blödsinn machen, né? Ey, hat der Typ, ey. Jedes Mal spotten die mich hier. Jedes Mal spotten die mich hier. Das war jetzt auch nicht gerade der beste Spawn für ShooterBorn in Heaven, ne? Das war jetzt. Ja, das Problem ist, so ein Merch-Store, ne? Ich fand jetzt zum Beispiel, bei Spreadshirt jetzt finde ich die T-Shirt-Qualität nicht ganz so gut. Da muss ich nochmal drüber gehen. Und zum Beispiel, ich hatte ja gestern so ein Paid-Actor-Shirt an und so, das wollte ich da auch noch adden. Und solche Sachen habe ich auf der Liste. So ein Blutfleck. Haha! Da stand einer. Ich war mir gerade nicht sicher, was ich da sehe. Na, Freund der Sonne. Wie läuft's? Ich war mir gerade echt nicht sicher, was ich da sehe, aber... Ich war mir gerade nicht sicher, was ich da sehe. Wie läuft's? Äh! Wie läuft's, wie läuft's? Der ist aber auch nicht sicher, dass das Lock bekommen. Ich schaue's. Wie läuft's? Ja, wie läuft's? Ergen is ja auch nicht sicher. Wie läuft's? Wie läuft's? B Depois ist overse Sellmarkt. So, Barak, danke für die 400. Wo, wo, wo. Alles gut, hab ihn. Hab's geklärt. Seine Nails waren auf jeden Fall komplett on point, so viel ist mir sicher. Danke für den Support. Seine Nails waren komplett on point. Ja, werden wir sogar noch voll hier. Nur der gute Shit hier, nur der gute Shit. Let's go. Blood Dragon, danke schön für den Prime. Den ganz frischen willkommen in der Abo-Falle. Danke, dass der Prime bei mir lässt. Servus, wie geht's? Nee, der hat gebetet mit dem hier. Ziemlich sicher. Denken wir, das war ein Bait, das war Absicht. Das war's. Danke für den coolen Content. Immer gern, Flashplayer. Danke für den Support. Danke für den Hype Trainer auf Level 1. Und danke für den, ja, danke für den wichtigsten Result. Wir kommen zurück in der Abo-Falle. 2. Monat. Oh, boy. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin ein Nied mehr. Hey. Meine Fresse. Ich bin ein Nied mehr. Wir wollen mal unser Glück nicht überstrapazieren. Meine Weste ist nämlich auf, ne? Auf nichts. Dass der nicht tot war, ey. Aber der hockt jetzt halt irgendwo und hielt sich und ich kann den da nicht suchen. Lohnt sich auch nicht. Ich bin eh voll. Lohnt sich auch nicht überstrapazieren. Black Day, Vincenzo. Der sucht mich, das war eine Vierergruppe da im Cottage, ne? Die haben alle zusammen gehört. Vielleicht sind es auch noch zwei, wer weiß. Hey, Fonix. Alles bestens. Der sucht mich da noch, ja, recht lange. Und dann geht das Gear von seinen Mates saven. Also der hat noch 22 Minuten zu tun, so viel ist sicher. Aber ich bin eh voll. Ein Kill hin oder her. Ich habe eh schon mein Glück herausgefordert mit dem Peak da unten in den Headshot. Der hat ganz knapp überlebt, sag ich mal. Der heilt sich jetzt noch. Na gut. Leute, mach mal Hallo YouTube. Auf geht's, war doch eine gute Runde. Mach mal Hallo YouTube draus. Brauchbare Runde. Und ja, danke für den Hypetrain währenddessen natürlich. Ja, ich habe ihn sogar. Nee. Nee, ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Oder? Ah, das war der, der hinter mir gerannt ist. Genau. Das war der, der sich gehealt hat. Das war der, der oben der Headshot bekommen hat. Und das waren die zwei am Anfang. Was war das für ein Exit? Das war Path to Lighthouse. Der ist immer offen. So, Sinsrael. So. Gut, 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 gut. Ja, und danke für den Support mit dem Hypetrain währenddessen. Das hat er. Ja, APS. Ja, das hat er gott sein. Das war die, ja. Das war der, der hat herzlichasterswangi. Dein Öffnet.